Wenn ich jetzt in meinen Downloads-Ordner schauen würde, würde mir das Grauen kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es dir dabei ähnlich geht. Egal wie ordentlich man ist, der Downloads-Ordner ist immer voll mit Dateien, die man einmal gebraucht hat, vergessen hat zu löschen und den Ordner vollmüllen. Windows geht es dabei ähnlich. Bei Updates oder bei Installationen erstellt es Dateien in irgendwelchen Ordnern, die es dann nicht mehr löscht und die über die Zeit die Festplatte vollstopfen und das System langsamer machen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wo Windows diese Dateien überall versteckt und sie gemeinsam mit dir löschen. Das Ganze klingt super technisch, ist aber relativ einfach, da es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Nach dem Video wirst du mehr Speicherplatz auf deiner Festplatte haben und bestenfalls wird das System auch etwas schneller laufen. Damit wir kurzfristig am PC nichts zerstören können, rate ich dir vor diesen ganzen Dingen einen Wiederherstellungspunkt zu setzen. Falls du in dem Prozess irgendwelche Dateien löscht, die du eigentlich nicht hättest löschen sollen, kannst du das über einen Wiederherstellungspunkt wieder rückgängig machen. Keine Sorge, eigentlich ist das Ganze ziemlich einfach und du kannst nichts falsch machen, doch mit einem Wiederherstellungspunkt kannst du auch nichts falsch machen. Am besten das heutige Datum eingeben, auf Verstellen klicken und kurz warten. Nachdem wir also alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, können wir mit dem ersten Ordner starten. Gib einfach bei Suche %temp% an und öffne den ersten Ordner. Diese Dateien benötigen wir nicht, dass sie wirklich nur temporär sind, verstopfen allerdings mit der Zeit unser System. Einfach STRG A drücken und entfernen. Manche Dateien können dabei nicht entfernt werden, da sie aktiv verwendet werden. Zum Beispiel gibt ein Programm von mir Logi, also das Programm für die Maus, irgendwelche Daten weiter und das kann aktuell nicht gelöscht werden. Das überspringen wir einfach, das können wir beim nächsten Mal löschen. Falls du übrigens kein Administrator auf dem PC bist, musst du in dem Fall das Administrator-Passwort jedes Mal händisch eingeben. In meinem Fall bin ich Administrator, deswegen wurde ich hier nicht gefragt. Für die nächsten Dateien gehen wir ganz einfach auf C und hier auf Windows. Hier unten gehen wir auf Software Distribution und im Ordner Software Distribution gehen wir in Download. Download ist ähnlich wie die Temp-Files. Hier befinden sich alle Zwischendateien, die gedownloadet wurden, die wir benötigt haben, wenn wir zum Beispiel etwas installiert oder angesehen haben. Auch hier STRG A und Entfernen oder eben Rechtsklick und auf Entfernen drücken. In dem Fall möchte er die Administrator-Rechte bei mir haben, also hier einfach auf Fortsetzen klicken und wenn du kein Admin bist, das Passwort eingeben. Diese zwei Schritte haben jetzt mal Datenmülle entfernt von Ordnern und Dateien, die wir nie mehr benötigen werden. Für den nächsten Datenmüll gehen wir wieder in die Suche und geben Eingabeaufforderungen ein und diese öffnen wir im Administratoren-Modus. Vor allem wenn du Windows 11 benutzt, ist das ziemlich wichtig. Wir werden jetzt nämlich unnötige Dateien vom Windows Store entfernen. Dazu geben wir einfach ws für Windows Store reset.ixe ein. Das Ganze lädt ein paar Sekunden und öffnet danach den Microsoft Store. Wenn sich danach wieder ein neuer Prompt öffnet und du davor den Microsoft Store gesehen hast, weißt du, dass die unnötigen Dateien, also der Cache, vom Store gelöscht wurden. Da wir bereits in den Eingabeaufforderungen im Administratoren-Modus drinnen sind, können wir direkt den nächsten Befehl eingeben, nämlich ipconfig.leertaste.slash.flush.dns. Das hat eigentlich mit dem Video nichts zu tun, das solltest du aber generell öfter mal machen, falls du in einem Netzwerk unterwegs bist. Im nächsten Schritt sind wir wieder im Ordnersystem. Hier klicke rechts oben auf die drei Punkte und wähle Optionen aus. In den Ordneroptionen findest du ganz unten den Datenschutz und hier Dateiexplorer-Verlauf löschen. Hier können wir auf Löschen klicken und wir haben wieder ein paar unnötige Dateien entfernt. Hier bekommst du keinen Prompt oder so, du kannst einfach draufklicken und es passiert eigentlich nichts. Einmal draufgeklickt, wir können mit OK bestätigen und es ist erledigt. Nachdem wir mit den Ordneroptionen fertig sind, können wir zum nächsten Programmpunkt übergehen. Wir sind noch in meinem Ordner Windows Software Distribution Download. Stelle dich einfach hier oben in die Leiste rein, lösche alles bis zum Software wieder raus. Als nächstes gib P und R ein. Hier kommt der nächste Ordner, der nennt sich Windows Prefetch. Da klicken wir drauf und es öffnet sich direkt ein Berechtigungsfenster für den Zugriff. Hier bestätigen wir wiederum mit Administratorenrechten. Auch diese Dateien können wir bedenkenlos einfach mit STRG A markieren, rechtsklicken und entfernen. Auch in diesem Fall könnte es sein, dass manche Dateien aktuell verwendet werden. Die werden wir einfach mit insgesamt überspringen. Die werden wir einfach beim nächsten Mal entfernen oder sie werden sowieso gleichzeitig erstellt. Nachdem wir jetzt einige Dateien manuell gelöscht haben und uns mehr Speicherplatz geholt haben, werden wir jetzt im System, also den Einstellungen ein paar Dinge ändern, damit das in Zukunft automatisch passiert. Dazu gehe einfach in den Einstellungen auf System und hier etwas weiter runter auf Speicher. Unter Speicher solltest du hier die Speicheroptimierung haben und die sollte eigentlich immer an sein und ist bei dir vermutlich auch an. In den Speicheroptimierungen ist allerdings standardmäßig bei wenig Speicherplatz aktiviert. Hier kannst du auf jeden Monat oder jede Woche switchen, je nachdem wie viel Speicher du noch hast. Hier unten kannst du zum Beispiel auch einstellen, wann sich der Papierkorb automatisch löschen soll. Hier Standard 30 Tage. Ich persönlich mache das lieber manuell und möchte, wenn ich Dateien lösche, die auch wirklich selbst löschen. Ich gehe hier auf nie. Du kannst du natürlich auf einen Tag gehen, dann wird jeden Tag den Papierkorb gelöscht. Und hier unten haben wir den eigenen Downloads-Ordner. Hier wird aktuell nie was gelöscht. Theoretisch, wenn du hart bist, sagst du hier 1, 14 oder 30 Tage, dann ist dein Download-Ordner wirklich nie vollgemüllt. Und ich kann dir eigentlich versprechen, ich sollte das eigentlich auch machen. Ich mache es aber nicht. Ich lebe einfach weiter mit meiner Unordnung. Im nächsten Schritt werden wir jetzt noch ein paar Dateien löschen, die du wahrscheinlich erwartet hast. Und zwar gehen wir wieder in die Suche rein und geben jetzt %AppData % ein und drücken Enter. Wenn wir im AppData-Ordner angekommen sind, sind wir eigentlich in einem Unterordner, können also hier auf AppData gehen. Hier haben wir Local und Roaming. Wenn du in Local reingehst, siehst du hier einige Programme, die du vermutlich in der letzten Zeit oder irgendwann mal verwendet hast. Falls du hier ein Programm findest, das du eigentlich schon deinstalliert hast oder generell nicht mehr verwendest, kannst du hier diesen Ordner im Local-Ordner gefahrenlos einfach entfernen und hast wieder ein bisschen Speicherplatz gewonnen. Wir sind bereits beim vorletzten Schritt, geh wiederum in deine Suche und sag Datenträgerbereinigung. Datenträgerbereinigen gibt es eigentlich schon einige Jahre. Hier kannst du einfach überflüssige Dateien automatisch von Windows entfernen lassen. Hier findest du zum Beispiel 4 MB, 400 MB oder in meinem Papierkorb befinden sich gerade 766 MB. Einfach hier auf der linken Seite anvisieren und hier unten auf Systemdateien bereinigen klicken und das Ganze wird automatisch entfernt. Hier sind nie Dateien dabei, die deinem System schaden würden, falls sie entfernt werden. Das Ganze kannst du also ohne Probleme machen und in dem Fall zum Beispiel 1,4 GB zurückbekommen. Bei dir ist es mit Sicherheit noch mehr. Und im letzten Schritt möchte ich dir noch zeigen, wie du das Ganze im Browser machen kannst. Jeder Browser ist da natürlich anders, in dem Fall ist es Chrome. Geh einfach rechts oben in die Einstellungen und hier geh etwas weiter runter auf Browser-Daten löschen. Unter Browser-Daten löschen kannst du ganz einfach eben die unnötigen Dateien löschen, die es über die Zeit einfach anlegt und nie entfernt werden. Hier kannst du den Zeitraum auswählen, letzte Stunde, 24 Stunden, 7 Tage, 4 Wochen. Wenn du andere Dinge am PC machst, machst du das vermutlich öfter mal. Hier kannst du sowohl den Verlauf, die Cookies als auch den Cache löschen. Achtung, die Cookies will dich nicht unbedingt löschen, da du dann automatisch von den Webseiten abgemeldet wirst. Das steht auch hier im Kleingedrucken. Klick einfach auf Daten löschen, du wirst überall abgemeldet, aber auch die anderen Dinge werden entfernt und dein Computer ist wieder etwas sauberer. Nun möchte ich noch zwei Programme hervorheben. Zum einen CC-Cleaner. Vielleicht hat schon jemand in den Kommentaren geschrieben, Jakob, warum verwendest du nicht einfach den CC-Cleaner? Der kann eigentlich genau das alles, was du gerade gezeigt hast. Früher habe ich den auch verwendet und wenn du das Ganze nicht manuell machen möchtest, kann ich dir auch heute noch empfehlen, dieses Programm zu verwenden. Ich persönlich mache es mittlerweile einfach gern manuell, da ich damit weiß, was ich wirklich gelöscht habe und falls was schief geht, kann ich das auch wieder rückgängig machen. Das zweite Programm, das ich dir empfehlen möchte, ist Revo oder Revo Uninstaller. Dieses Programm ist auch kostenlos, hat natürlich auch eine Bezahlvariante, aber kann dazu verwendet werden, um Programme endgültig am PC zu entfernen. Der entfernt nicht nur das Programm selbst, sondern eben auch die überflüssigen Dateien in Temp, Appdata oder anderen Ordnern, die das Programm hinterlassen hat. Und das ist bereits das Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen, etwas mehr Speicherplatz wiederzubekommen und dein System etwas zu verschnellern, falls es bereits langsam war. Falls dir dieses Video weitergeholfen hat, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Falls dich Videos rund um digitales Office interessieren, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Schau dir noch eins dieser Videos hier an. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!